Musik Musik Und ich möchte euch dann an erster Stelle natürlich den Menschen, die mir zuerst gefolgt sind, Christiane und Hanna und denen, die das dann gesehen haben, ihr alle für euer Vertrauen, für eure wirklich Liebe, mit der ihr das macht, für eure Exzellenz, mit der ihr das macht, also vor allem auch mit diesem riesen Herzen. Mein Name ist Lilani Diaz und ich bin International Diamond bei For Life. Bei einem Rangaufstieg ist es immer das Wir, das entscheidend ist. Es ging dann darum, jeden zu erinnern daran, was möglich ist, was jeder im Team, der weiterkommen möchte, schon geleistet hat und dass nur noch ein kleines bisschen mehr Fokus, mehr Entschlossenheit und gemeinschaftliche Anstrengung nötig ist, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen. Die Möglichkeit, die ich mit For Life erhalten habe, ist nochmal, meinem Leben und der Zukunft eine große Tür zu öffnen, weil die Balance zwischen Zeit und Einkommen ist etwas, was ich vorher nicht kannte. Musik Mein Name ist Christiane Jansing und ich bin International Diamond bei For Life. Von meiner Ablein, Lilani Diaz, habe ich tatsächlich alle Schritte gelernt. Sie hat mir wirklich gezeigt, wie man auf eine ganz besondere, sehr zugewandte Art mit den Menschen in Kontakt kommen kann und hat mich mit dem Team verbunden. Musik Für mich ist so besonders, dass Lilani überhaupt da ist in meinem Leben, weil ich ihr ganz, ganz viel zu verdanken habe. Wenn sie nicht damals meine Mutter angesprochen hätte, wäre ich, glaube ich, nicht so balanciert, wie ich es bin und es würde mir nicht so gut gehen, wie es mir jetzt geht und darüber bin ich unendlich dankbar. Ich bin Hannah Sattori und ich bin Presidential Diamond bei For Life. Elani hatte sehr großen Einfluss auf mich. Sie hat mich stets inspiriert und immer wieder motiviert, am Ball zu bleiben und immer schön dran zu bleiben und hat mich sehr gut beraten bei allen Fragen zum Business, zu den Produkten. Und ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie da ist. Mein Name ist Alexela Forkehra und ich bin Diamant bei For Life. Die besondere Qualität war, dass Lilani Diaz mir in Soltau geholfen hat, ein Team aufzubauen, eine Organisationsstruktur, etwas, was ganz tragfähig ist mittlerweile, können wir dort regelmäßig Vorträge anbieten und in der Anfangszeit ist sie zu uns gekommen und hat alles für uns übernommen, bis wir selber diese Dinge tun konnten. Lilani, du bist genau im richtigen Moment in mein Leben gekommen. Du hast es geschafft, die Balance wieder zurückzubringen und du weißt, in welcher schwierigen Situation Hannah zu diesem Zeitpunkt gewesen ist und dafür danke ich dir von Herzen. Lilani ist jemand, der wirklich das mit voller Passion und aus tiefstem Herzen diese Chance teilt mit den Menschen und das ist für mich eine ganz große Inspiration gewesen, zu sehen, wie begeistert und wie überzeugt jemand davon sein kann. Und das hat mir ganz, ganz viel Sicherheit gegeben. Lilani ist die Person, die mich am Anfang ausgebildet hat. Das heißt, Lilani hat eigentlich die Grundsteine gelegt, dass ich erfolgreich werden kann. Sie hat mir gezeigt, wie es geht, was ich zu tun habe und hat in Hamburg vor Ort mit mir alles gemacht und erarbeitet, wie es geht. Liebe Lilani, ich danke dir von ganzem Herzen für deine ganze Arbeit, für deine Passion, für all die Zeit, die du investiert hast in mich und auch in das Soltauer-Team, in meine Mama und deine ganze Liebe und Leidenschaft, die du reingesteckt hast, um einen Familienbetrieb aus meiner Mama und mir zu machen. Das Besondere an der Arbeit mit Lilani ist für mich ihre Herzlichkeit, ihr Einfühlungsvermögen und ihr unglaublich großer Wissensschatz. Liebe Lilani, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für unsere großartige Zusammenarbeit. Dafür, dass du immer für mich da bist, dafür, dass du immer ein Ohr für mich offen hast, dafür, dass du alles möglich machst und dich immer wirklich 150 Prozent einsetzt. Und ja, vielen herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team. Euer Erfolg ist mein Erfolg, es bedingt sich gegenseitig. Ich danke euch, insbesondere den Ersten, die gefolgt sind, die sich haben lehren lassen, die Vertrauen hatten von Anfang an in diese Chance und dass wir das gemeinsam hier erreichen können. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen für euren Weitbeleg, euren Fokus und eure Entschlossenheit. Das, was wir hier in den Händen halten, nämlich Menschen die Balance zu ermöglichen, wirklich und den Frieden, den man dadurch bekommt, wirklich in die Welt zu tragen. Vielen, vielen, vielen Dank. Do life differently mit FarLife Das, was wir hier in den Händen halten,